Hallo und herzlich willkommen zur offiziellen Vorstellung von unserem Online-Trainingsprogramm www.weg-zum-weltmeister.de Team Smulik hat ein Online-Trainingsprogramm entwickelt, weil wir eben eine sehr große Nachfrage an Privattraining und Gruppentraining haben und wir wollen weltweit versuchen, Menschen was beizubringen. In diesem Fall ist die Version natürlich auf Deutsch. Ihr bekommt kein Paket nach Hause geschickt, ihr bekommt keine CD mit nach Hause geschickt, ihr bekommt einen Online-Zugriff, wo ihr in ein Online-Portal euch einloggen könnt und dann habt ihr eben Videos zur Verfügung und da könnt ihr dann von 0 auf 100 alles lernen und was darin enthalten ist, das zeigt euch jetzt der Markus. Genau, richtig. Also wir sind jetzt hier mal im Online-Trainingsbereich von Weg zum Weltmeister. Hier willkommen bei Team Smulik. Ihr seid also jetzt so gesehen Mitglied im Team Smulik, dürft mit uns trainieren, wenn auch hier erstmal nur virtuell, später dann vielleicht auch im echten Leben mal. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, aus was Weg zum Weltmeister eigentlich besteht. Also das Ganze besteht aus insgesamt 13 Videos plus 3 Bonus-Videos, wie ihr hier sehen könnt. In jedem dieser Videos geht es um sehr, sehr wichtige Dinge im Kampfsport. Zum Beispiel es geht um Techniktraining, es geht um Strategien, es geht so ein bisschen auch um Geheimtipps und Tricks, die ihr im Kampfsport, im Kampf, im Sparring anwenden könnt, um euch eben Vorteile zu erarbeiten. Michi, erklär doch mal ganz kurz, wie ist Weg zum Weltmeister eigentlich entstanden? Genau, also wir haben eigentlich selber angefangen Dinge aufzuschreiben, weil uns selber eben wirklich spektakuläre Sachen eingefallen sind und gesagt haben, hey, das ist eigentlich der Schlüssel zu unserem Erfolg. Deswegen bin ich so erfolgreich, ist er so erfolgreich im Kampfsport. Und haben dann angefangen selber aufzuschreiben. Und daraus entstand dann irgendwann mal nach einem halben oder sogar einem Jahr Weg zum Weltmeister. Wir haben eigentlich unser ganzes Leben lang darauf hintrainiert und haben dann irgendwann mal halt wirklich das jetzt publik gemacht. Und da sind auch wirklich Geheimnisse von mir, von ihm mit drin, die man jetzt nicht gerne eigentlich öffentlich preisgibt, aber es ist immerhin ein Premium-Produkt für Leute, die das wirklich lernen wollen. Genau, also das waren jetzt die Besonderheiten des Inhalts. Ich zeige euch jetzt nochmal so ein bisschen die Besonderheiten der Struktur der Seite. Und zwar, wir haben das wirklich der Einfacherheit versucht, auf einer Seite alles zusammenzufassen. Also ihr habt nicht einen endlosen Katalog an Videos, wo ihr überhaupt nicht mehr versteht, was vorne, was hinten ist, wo ihr anfangen sollt. Ihr habt auf einer Seite diese 13 Videos mit einem kurzen Text kurz zusammengefasst. Könnt euch eben durchscrollen. Ihr könnt sagen, heute will ich was über das Boxen lernen, schaue ich mir das Video über das Thema Boxen an. Vielleicht beschäftigt mich gerade Thema Ausdauer, weil ich vielleicht einen Kampf anstehen habe. Und könnt euch direkt dieses Video anschauen. Abschließend möchte ich wirklich nochmal erwähnen, was vielleicht auch ein Missverständnis ist. Wir haben in diesem Programm wirklich versucht, euch die Systematik und die Struktur vom Training zu übermitteln. Uns geht es nicht darum, euch einen speziellen Trainingsabplan, wie zum Beispiel den von Michi, zu geben. Der ist zwar auch in dem Programm exemplarisch enthalten. Es geht aber nicht darum, dass ihr diesen Plan eins zu eins nachmacht. Ganz einfach, weil ihr vielleicht ganz, ganz anders kämpft. Weil ihr einen ganz, ganz anderen Kenntnisstand habt. Weil ihr ganz, ganz andere Vorlieben, Schwächen, Stärken habt. Ja, deswegen das gleiche Thema bei der Ernährung. Wir geben euch keinen eins zu eins Ernährungsplan vor, weil wir gar nicht wissen, gegen was seid ihr allergisch, was sind eure Vorlieben. Seid ihr vielleicht ein Typ, der viele Kohlenhydrate braucht, ja, um beim Training Energie zu haben. Seid ihr ein Typ, der mit relativ wenig Kohlenhydraten auskommt. Sondern wir geben euch wirklich die Systematik, dass ihr euren eigenen Plan auf euch zugeschnitten, euch selber erarbeiten könnt. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Wenn ihr euch den Weg zum Weltmeister angeschaut habt, werde ich euch versprechen, es ist richtig, richtig einfach. Und es ist sehr, sehr gewinnbringend, weil ihr wirklich in eurem ganzen weiteren Leben dann auf diese Systematik zugreifen könnt und euch selber Sachen erarbeiten könnt. Genau, und abschließend kann dazu auch noch gesagt werden, die Frage wird auch immer wieder gestellt. Ist es denn für Anfänger oder Fortgeschrittene? Ist es für den absoluten Anfänger bis zum Profikämpfer sogar? Ja, also man kann da wirklich noch Geheimtipps rausfischen als Profikämpfer. Aber auch wenn man gar keinen Plan von Kampfsport hat, kann man da wirklich von 0 auf 100 alles lernen. Was auch noch eine Frage ist, braucht man dazu einen Trainingspartner, braucht man dazu einen Gym? Natürlich ist es von Vorteil, wenn man ein Kämpfer werden möchte, dass man in einen Gym geht, dass man einen Trainingspartner hat. Aber man kann auch durchaus mit diesem Programm viel alleine trainieren, gerade was Technik angeht und Ausdauer angeht. Möchte man dann aber wirklich in den Profibereich natürlich aufscheiden oder Wettkampfathlet werden, dann sollte man natürlich auch in einen Gym gehen und sich einen Trainingspartner holen. Wir freuen uns, dass ihr einen Teil von unserem Team werdet, Team Smolik www.weg-zum-weltmeister.de Holt euch das MRT-Sport.